Hallo und herzlich willkommen heute in Splatoon 3 Stream. Heute spielen wir direkt wieder Salmon Run und danach kommen Online-Ranked Runden. Und jetzt gleich sind wir live. OBS will nicht. Fertig. Und Stream starten. Jetzt sind wir live. Und wir fangen gleich mal an. Wer hört mit? Wer ist dabei? Wir. Gab's Updates? Ja, ich kann nicht skippen. Das bedeutet, es gab ein Update. Mal schauen, was es ist, Leute. Wundervoll. Konzentriert zum Sieg. Aha. Achso, das ist ein Event. Ich weiß nicht, das ist für mich neu. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber egal. Wir spielen jetzt ein paar Salmon Run-Runden. Alte. 64 Belohnungen habe ich schon. Oh mein Gott. Die Waffe ist richtig gut, Leute. Mit der Waffe kann man nicht verlieren. Alte. Der schießt viel und gerade. So eine coole Waffe. Also heute ist der Ziel, dass wir natürlich alle Wellen gewinnen. Alle Runden. und dass die Boss-Plus-3-Wertung steigt. Feindesferse. Oh. Die Welle ging runter und da wieder hoch. Okay. Oh mein Gott. Das wird hart. Geh mal weg. Ja. Diese Minis sind echt zum Kotzen. Ey. Ah, da sind die schon. Perfekt. Ja, heilt den doch, Alter. Schauen die alle zu. Scheiße, Mann. Aber wir gewinnen die Runde. Scheiße. Junge. Wie, Alter. Wie unnötig. Echt. Alter, Junge. Ihr habt einen Job. Alter, ich hasse es. Wirklich. Jetzt geht die Wertung so weit runter wieder. Und das unnötig, weißt du. Ja, geil. Ich will hochsteigen, nicht runter. Ja, weiß, wenn du mit solchen Loops spielst. Kein Wunder. Ja, die letzte Schicht. Aber der letzte Schicht. Wir haben in einer Welle 58 Kugeln gesammelt. Insgesamt 130 Kugeln waren das. Krank. Einfach nur eine Legende. Verstehe ich nicht, warum das so sein muss. Läster. Es soll wieder ganz hoch steigen. Ich hab nix dagegen. Ich hab nix dagegen. Ja, die Runde ist jetzt wieder besser. Scheiße. Ja, natürlich geht der nicht rein. Ich hasse Wachsack. Ich hatte die Runde. Ja, was soll ich machen? Wieder der letzte Spieler. Heil uns, bitte. Ich habe die Runde tausendmal geheilt. Oh, ich habe die Runde tausend. Alter, zum Glück Welle 2. Ja, immer alle drei Wellen schafft, geht die Wertung hoch. Also ist egal, wie viele wir sammeln. Mutterschiffe-Event. Egal, was ein Scheiß, diese Lüge haben. Aber das ist wie das klassische Retro-Game, wo man die durchschießt. Vielleicht der Typ ist schon ein Ding und wir haben nichts drin geführt. Eeeh, oh. Eeeh, oh. Ja, wir verlieren das so hart. Ja, Bro, ich will einfach Teams haben, die gut sind, Alter. Was ist das, Mann? Gefield, alles mache ich hier. Alles. Kann doch nicht sein, dass wir 19 Stück sammeln, oder? Ja, ich gehe kurz raus und wieder rein. Kann doch nicht sein. Jetzt wird er die Wertung verloren. Unnötig. Alter, ist so. Was soll denn Mist? Da vermeide ich ja diesen Modus. Wenn so Leute, solche Leute kommen. Nein, dich nochmal. Abbrechen. Oder ist es jemand anderes? Ich hoffe. Viel Spaß. Mieger. Selbst wenn mir die Waffe nicht gefällt, gebe ich mein Bestes an, Leute. Ich glaube, ich hätte mich mit sich positionieren müssen. Aber trotzdem. Ich spiele ja nicht alleine das Spiel. Wir sind ein Vierer-Team. Ich habe so eine blöde Waffe, egal. Ich bin ein Vierer-Team. Ja, wir müssen den nicht zu dritt killen, Leute. Wie idiotin. Bis die Tinte leer geht, geht der Spaß. Okay, nimm doch die Kugel mit, Alter. Scheiße. Ah, wir haben den Vorrat erfüllt. Komm, mach ihn rein. Ja, schade. 30 Stück gesammelt. Immer. Das ist gut. Man merkt, wenn es bessere Leute sind im Team, gewinnt man schon. Ja, bei Sway Team 2 war dieser Mode schon unspielbar, wenn man schläft die Leute hat im Team. Aber guck mal, die haben sich auch gespustet, weil sie gespielt, oder? Also, sollten sie doch was am Kasten nehmen. Geil. Perfekt. Jetzt sein score. Geil. Ja, ich kann jetzt das ganz galt. Ich kann jetzt mal gleichgendwo schon mal hin. Ich kann jetzt mal hin. Ja, ich kann jetzt mal hin. Ja, ich kann jetzt mal hin. ja ich bin doch niemals die rücken zu in die gleiche ja so ein scheiß immer der starke geht immer auf mich der weiß eigentlich war 27 Stück, richtig gut. Ey, dieses Spiel ist das underratedste Spiel, das ich kenne. Scheiß aufs Goal, man sollte lieber... Jawoll! Lächelig ergeht's nicht. Lächelig ergeht's echt nicht mehr. Jetzt sind zwei Leute gestorben. Was? Ich hab ihn doch angeschossen, man! Alter, was ein Scheiß, lieber! So, was macht ihr eigentlich hier, man? Rackzack erledigt worden. Wo hat der bisschen was gemacht? Wenn ich jetzt zurückkommen würde... Ja, bringt nichts, wenn die alle so dumm sterben, alter! Ich versteh nicht, wie die Boss geworden sind, aber... 70 Kugeln gesammelt, immer nur. Taktische Rückzug. Was für taktische Rückzug? Gibt mir drei geile Leute! Gibt mir drei geile Leute! Mal, wir spielen seit 20 Minuten. Und wir haben immer noch nicht ein Viertel der Belohnungen geschafft, oder? Doch haben wir. Immerhin würde ich sagen. Ich finde diesen Boss unterschwer, wenn er kommen sollte. Ja, ich hab den Blaster. Jetzt! gut angefangen einfach wachsam ich habe dich eingeblendet jawohl so spielt man dieses spiel warum gestorben wegen einer rakete oder was hilfe hilfe schnell helft halt nicht richtig irrenlose deppen verstehe nicht du hast dieses spiel gespielt ist der was was ich 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 Das war's. wo ist diese schock spring doch ja wer macht die sich hilfe groß meister um die granaten hierher meine fresse echt wer hat diese die geschossen die einfach erledigen ich hab dir gesucht aber vielleicht waren die auch hier hinten letzte welle und ich hab zweimal cool kugel webel und ding besser bekämpfen hier ist er scheiß kontroler richtiger hilfe macht dann weiter ich schätze nicht echt er hat zu wenig tippte was labert der für die scheiße manchmal von panonia besucht worden nein aber wo ist der der pio da bei so vielen rackzack schüssen keine chance mit so einem scheiß pinsel zu spielen letztes Spiel ja und der macht nichts der war einfach AFK der war einfach AFK alter was hat man für teammates heutzutage echt was für gute verständigung alter vielleicht dass ich so ein scheiß pinsel ich sag pinsel pinsel noch mal rein mit leuten spielen die was auf dem kasten haben bitte kann echt nicht sein ja wohl zum glück haben wir gleich die hälfte voll ja natürlich machen die wochen was aus aber ja wie der heißt alter g a y cool cooler name gut in beide richtungen voll lustig wenn man sich so nennt so einfach ist es zu sterben so einfach ist es zu sterben aber diese ufos sind die geilsten böse die machen nichts die machen nichts die machen nichts einfach nur geil einfach nur geil so Mist die 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 Ich war nicht mal da bei der Rakete. Ich war nur in der Nähe. Hätten die mir früher geholfen, als hätten wir noch Gugeln reinbekommen. Aber nein, man schaut zu. Egal, trotzdem Welle überstanden. Ja, Pinsel. Fächerfärber heißt der. Okay, Regner besiegt. Noch ein Regner besiegt. Nein, ich schwimme ins Wasser rein. Alter, wie dumm. Ich habe zwei Fresse erlegt. Das war super gut. Wir haben nur zwölf. Ich muss mich verarschen. Ja, bin tot, weil ich nicht schwimmen konnte. Wegen dem Bösen. Hilfe! 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 Meine Fresse, Alter! Danke. Jetzt, dem ich früher geholfen, hätten wir zwei, drei Kugeln mehr geschafft, aber scheiß drauf. Auch 33, trotzdem gut. Fein Disperser. Das ist ja fein. Und ich habe zweimal meine Ulti aufgespart für die letzte Welle, damit wir einmal gewinnen können. In diesem Stream. In diesem Stream. Das ist ja fein Disperser. Das ist ja fein Disperser. bis zum einen Turnier zu treffen. Und ich habe das einfach zu der Kugel. Fünfunddreißig, Gugel. Sehr gut. Oberboss, Alarm, Alarm. Was hat die, ich sah? Warte. Ich habe zwei Gänsehaut. Bei der Schreitste ist der Hunde. Ab, 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 ab Ab, 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 ab Das war richtig gut. Aber wir haben es geschafft. Alter, wie krass. Also dieser Team war echt sehr kompetent, den Boss zu besiegen. 20 Sekunden wird im Leben noch übrig, krass. Drei für Leistung, jo, was sagen wir liegen, ja, tja, natürlich. 100 Goldpunkte und 5000 kleine Eier, richtig gut. Goldgoogle und kleine Google heißen, glaub ich. 364 Punkte. Sehr stark. Nochmal so und wir sind fertig. Wir zählen dran. Haben die Arbeit. Hey, Loris, willkommen im Stream. Wir haben den Oberbass gerade besiegt. Sehr krass. Und 360 Punkte bekommen. Eine Runde, das ist echt. Ich habe jetzt ungefähr 60, 70 Preispunkte. Aber ich öffne die noch nicht. Ich will wissen, wie viele man haben kann, Maximum. Ja, Großmaul-Event. Der Shizu? Der ist gestorben, du. Der ist gestorben, du. Die ist gestorben, du. Okay, die Welle schaffen wir easy. 30 U-Din fast. hier sollten ja aber das geht noch bis 20 uhr glaube ich also ich finde turmkommando am besten aber ich glaube heute schaffen wir das nicht mehr danach ist herrschaft wo sind die ach so hier das ist mein hassen einfach stehen bleiben hallo nosvet nach selben run spiel gerankt drei leute geraden ich wollte willkommen aber die Dieser Event ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man es schafft. Alter! Ja, wie wäre es, wenn ihr mir ein bisschen hilft? Ja. Wo seid ihr, Mann? Was machen die da? Ist es ein Bug, oder was? Ah, schade. Ich wollte noch spielen. Hallo, willkommen im Stream. Vier Zuschauer wieder. Nice. Ja, jetzt geht's ins Ufer. Letzte Welle. Oh nein, Rackzack. Nee, ich hab's nicht durchbekommen. Oh Mann. Rackzack ist der nervigste Boss, wenn ich. Hilfe, Hilfe. Das ist auch nervig. Ich bin fast am Korb und ich brauch immer noch viel. Ja, ich bin natürlich auch ein Korb. Ja, ich bin natürlich auch ein Korb. Ich bin wirklich besser geworden. Nein, seid ihr? Oh shit. Scheiße, die Schock-Mäßig gesehen. Let's go, Solo-Mid. Hallo, willkommen im Stream. Hilfe, wo seid ihr? Jetzt schnell punkten, alles, Alter. Ich will die Runde nicht verlieren. Aus dem Big. Yo. Was, wir haben wieder so ein Korb. Wir haben wieder so ein Korb. Wir haben wieder so ein Korb. hat ist es gut 25 kugeln es geht nach oben 290 punkte scheiße nein 30 punkte fehlen ok das wird die letzte schicht danach kommen online ja zum glück gehen die runden ich glaube eine welle reicht sogar aber ich will nicht meine wertung verschlechtert wo ist der boss wahrscheinlich drüben ja ich gehe jetzt schon über die hälfte gefilmt komm her erstmal den weg bringen ich kann es gerade nicht lesen aber ich bin auch gefolgt lohnt sich ja lohnt sich super jetzt danke die sterben noch ist zu viel zu sterben jetzt müssen wir da durchlaufen hab ich gepunktet noch keine ahnung die alle im stream sind die haben mich schon gefallen mit ihren community stapler da so eine scheiße hier das punkt nicht hat er alleine getan krass das punkt nicht der bringt die kugel weg ja bis ich meine tinte habe um ihn hinterher zu kommen das punkt nicht das punkt nicht zu石en und Wollt ihr verlieren, oder was? Ja, ich bin wieder gestorben. Letzte Welle. Danach kommt Rangt. Ich bin wieder gestorben. Ja, den müssen wir besiegen. Ja, bei zwei, drei Stapler-Strahlen bin ich auch tot, Alter. Hilfe, Hilfe. Der Elfen ist kostenlos. Bitte hilf mir. War klar, dass ich wieder sterbe. Noch eine Kugel, Leute. Eeeh, auf die Runde geholt. Ja, mir braucht es jetzt nicht mehr helfen, Alter. Ich wollte auch eine Kugel reingehen. Kein Oberboss, nice. Fertig, Selma, Mann. Jetzt den Stream-Titel ändern. Komm, Ranked runden. Ja, voll falsch geschrieben. Ranked online. Ja, sogar noch eine Belohnung bekommen. Beenden. 77 Preise. Ich weiß nicht, soll ich die öffnen oder nicht? Nee, ich spare noch. Ich spare noch. Danach fett Geld kassieren. Katalogstufe ist gestiegen. Denn dieses Kartendeck-Spiel feiere ich gar nicht. Die hätten ein anderes Millispiel ausdenken können. Jetzt geht's zur Lobby. Ja, wie ein Big Opening, genau. Wahrscheinlich geht's. Hey, wir spielen doch Xenoblade irgendwann. Nach Splatoon, okay? Soll ich schon starten, oder? Wie viel kosten die Kugeln hier? 5000. Wow. Operation Goldfisch. Und hier ist Herrschaft, okay. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Ich will Herrschaft spielen, deshalb. So, wir können schon Herrschaft spielen. Ja. Aber ohne Freunde. Ja, die Aussage stimmt nicht. Ich will nicht jedem selbst überlassen, was er spielen möchte, oder? Aber ich muss sagen, das Spiel lohnt sich schon zu spielen. Alter, wie lange Matchmaking dauert. Wie lange Matchmaking dauert. Der Kampf beginnt. Der Kampf beginnt. Endlich. Mal schauen, ob wir die Runde gewinnen. Herrschaft. Genau. Das heißt, die, wo gay sind, dürfen kein Xenoblade spielen, oder was? Ja, wahrscheinlich gilt für die Herrschaft. Ja, wer, wer kann denn diese Pfeile sehen? Wage ich zu bezweifeln, ja. Ja, der Gegner geht ja ab. Guck mal, wie er abhaut. Dich hab ich, komm. Ja, ich hab gesagt, dass ich dich hab. Jetzt kommt bisschen Regen. Ja, von wo er schießt. Knallschwaffe. Sushi. Döner. Ja, Mann. Die sind aber in 4 rumgegangen. Das ist gut. Ich bin für Döner. Jawoll. Ja, genau, Alter. Ja, der geht noch flott. Oh mein Gott. Voll verdient. Dieser Bogentyp ist so. Ja, schon klar, das war die Range. Hä? Wie? Wie macht ihr das? Quetscher. Alter, seit wann schießt ihr so weit? 1 plus 1. Gleich 2. Ja, Gegner gewinnt. Wahrscheinlich, Alter. Ja, ich kann ja nix machen alleine, weißt du? Mit random zu spielen, das ist echt, das ist ne Kunst. Ja, er überlebt's noch. Das war's für uns. Richtig aus dem Maul gekommen. GG. Ja, fast. wieder Katalogstufe Upgrade. Okay. Immer noch Operation Goldfisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich's riskieren soll. Oder nicht. Chat, soll ich's riskieren? Ich muss einmal gewinnen, dann krieg ich richtig viele Punkte. Okay, ich riskier's. Aber mit welcher Waffe ist ich dran? Mit dem. Let's go. Du. Vier Siege, Null Niederlagen. Ja, genau. Nach drei Jahren. Let's go. Let's go. Let's go. Hallo Loris. Wie geht's? Hab ich einen Kommentar bekommen? Von wem? Ah. Ich muss schauen. Ich bin immer noch ein Match suchen. Ich kann nicht mehr abbrechen, glaub. Ja, jetzt fängt's schon an. Achso, Operation Goldfisch geht bis 21 Uhr. Aber ich hab mich schon geguckt. Das ist dein Lieblingsmodus, oder? Okay, dann nimmst du den Fisch, weil ich bin da nicht so krass damit. Ah, okay. Ich hab erfahren mit Trink, äh, Trank hier, wenn man damit stirbt ist die Respawnzeit eine Sekunde. Also man respawnt direkt. Ja, alle in den Chat, Gogo, Alter. Jawoll, geholt. Hier, nimm das mit. Er ist schon gegangen. Ja, Alter. Wie der mit Minigun auf mich geht. Alles gut. Solo mit. Bis später vielleicht. Ja, komm Kimi. Selbst da klaut der mein Kind. Ja, ich hab einen gewählt. Perfekt. Noch einen holen. Ah, shit. Ja, Mann. Stimmt. Alter. Voll erwischt. Kommt. Bringt die Kugel rein. Äh, die Goldfisch. Alter, was ein Ehrenloser. Echt? Echt? Hä, wie hat das nicht mehr? Ah, ich bin, ich bin. Ach. Ich bin. Ja, ich bin. ja eben der stellt es rein er stellt ihr vor ich stelle bei ebay den elgato capture card was 150 euro kostet rein und dann verkaufe ich ein anderes was 100 euro kostet und gehe nicht runter vom preis ich war in der luft diese scheiß schottweil hat mich gekillt ja ja verstehe Ja genau, nur mit Ulti können die mich holen, oder was? Alt. Schaust du grad zu, oder nicht? Achso. Oha, das ist ja richtig gut. Aber ich hab kein New Nintendo 3DS. Ja, war klar, dass ich verliere. Bist du bereit? 300 Euro? Was? Ach, alter, der günstigste noch. Junge, New Nintendo 3DS, oder was? Achso. Achso. Ja. Aber können wir überhaupt Operation Gold verspielen? Weil das Serie ist. Ja. 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 so heißt sie doch oder und die granaten weiß nix oder was ja ich wieder ja ja überliebt er überliebt er überliebt einfach jetzt ist er gestorben 367 ich dachte ich hatte aber die haftbombe ich war sie gegen boden so dumm ja ich muss halt zum herrschaftsding was zu ihm machen ich muss es ja umfärben bin gestorben auf dem weg ich muss irgendeine waffe nehmen was ich womit ich auf range gut bin weil sonst erreichen die mich von überall ich nehme den klatscher da habe ich auch regen ja weitermachen ich lade dich kaffee ein was habe ich keine ahnung ich finde den cool die hätten viel mehr machen können mit der lobby die 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 ja wahrscheinlich dieser bogen ist zu okay der lässt so feine am boden stecken die explodieren du bist direkt tot also ja ja was fehlt uns was der gegner gerade hat jetzt stirb endlich alter die die lehnen so lang ja wie bist du mit der int kommt weißt du wenn ich wegrenne bin ich tot da ist er die dinger er hat in der kampfwaffe ich laufe er trifft mich trotzdem was ist das für ein fächer seit wann kann man die waffe aus dem fächer machen ja endlich habt ihr gelernt zu sterben mit wem ist es anstrengend ja er trifft mich obwohl ich auf der säule bin von der anderen seite weißt ja jetzt wissen die wo ich bin ja 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 ich hab ich endlich gestorben ja wohin hatte geschossen ja 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 ist das scheiße alter du gehst für einen gegner die anderen zwei kommen auf dich Nee, der Kopfhörer ist tot Einfach auf der linken Seite Schlagen kriegt auch nichts mehr Der war geschenkt, wo ich mein Handy bestellt hab Für Handy? Ich weiß nicht, es ist mir einmal runtergefallen Aber der Sturz war gar nicht so groß Ja, da war so ein Wackelkontakt Und jetzt geht nichts mehr einfach Also links geht's nicht mehr Rechts geht's schon Jetzt hat er schon zwei neue Modelle Ich hab den Sony XM3 Aber die neueren kosten 200, 300 Euro Ich mach mal einen BL zu spüren jetzt stirbt mal endlich alt ja jetzt kommt ein Ulti ja der Bogentyp ist so okay der schießt und läuft weg weißt du ja lächerlich echt feindisperse wenn ich schlecht bin läuft gar nichts mehr ich muss wieder gut spielen ja das stirbt doch die sind alle low weißt du jetzt den Bogentyp holt dann haben wir geboren ja ist so der schießt und versteckt sich wieder welche Rakete der wusste der stirbt ist abgehauen ja woher kam der jetzt der ist vor mir gespawnt der ist vor mir gespawnt komm komm eins gegen eins sorry aber ich musste meine Ehre zurückholen ich bin wieder gestorben unnötig ja was sollen wir da machen ich hatte mal bei Rank Runde 1800 Punkte oder so die Runde haben wir verloren ja das war's ich glaube ich schließe meine anderen Kopfhörer an das fackt mich voll abgeraten ich muss schauen wo die sind bin gleich wieder da Ja. Ja, Katalogstufe ist gestiegen. Oh shit, ich hab keinen Sound. Red mal. Ich hör dich aber ganz leise. Ich glaub ich tausche wieder. Das ist so schlimm. Viel besser. Ja, so zurückhalten. Ja, von Schockwellig gestorben. Wir haben ja schon verloren. Aber echt, die entkommen jedes Mal, wenn die kurz vorm Tod sind. Nicht mal mit Kugelkugel haben wir die Herrschaft erlangt. Ja, alter, der trifft gar nichts. Ich bin tot. Ja, ich muss mit Sniper kommen. Reicht. Irgendwie war das Ding. Sorry, red weiter. Ja, wenn man gewinnt, fühlt sich toll an. Aber jetzt weiß ich, warum meine Kopfhörer so teuer sind. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaub ich bring das Mediamarkt. Lass es reparieren. Neh. Neeh. Nöh. Zwei Jahre. Das ist ja mal nötig. Also, länger als zwei Jahre. Deshalb hat er keine Garantie. Was ist so easy? ja alter ein schuss ich bin tot was ist das hast du auch ein sniper oder was der kommt mit doppler er schießt ein schuss ich bin tot also was ist ja ich bin ja ich habe ihn auch geholt mit klecks granate war doch klar oha ein schuss wieder ich sehe dass das die waffen so gut sind beim weg wenn ich die selber nehmen brauche ich wieder halbe jahre bis die zu sterben einfach ja immerhin ein kind da kommt er von hinten alter Ja, das fuck ich gerade auf, vor allem nach Splatoon 2. Alter, Anzeige raus. Ja, angehalten, aber wir müssen Herrschaft übernehmen. Ja. 4-Kills, immer hin. Hehehe das war meine mainwaffe in splition 2 mit 10 dinge die ulti high ja kommt drauf an du kannst sie auch früher zum explodieren die 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 kill ich glaube der sniper gefällt mir aber warum kriegen wir nie die herrschaft ich verstehe es nicht ich habe eine minute überlebt ja genau ich habe ihn sowas von getroffen ich glaube weiß welchen drei haben die snipe geschwächt ja genau seine ulti star er ist aber tot ich weine gleich auf ja endlich beweg dich doch alter ich hasse es wenn der boden blau ist ich weiß er noch vor dir steht keine chance ja ich als sniper habe ich da noch weniger chance dagegen bei splatoon 2 standen die vor mir mit pinsel aber ich habe es immer so aufgeladen und volle kann auf ihn geschossen dann stirbt er oder wir stehen gleichzeitig bei splatoon 3 schießt du du verfehlst weil der so richtig rumsapfel ich soll wieder splatoon 2 für sich ich fahre es geht da steht kampf beginnt genau wo ich mit dem sniper schießt aber man sieht so überall gelbe kugel auf dem bildschuh auf der map ist der sniper bestimmt gut also also Alter! Ist so, überlebt einfach. Ja, endlich, das liebe ich als Sniper, wenn er einmal trifft, ist vorbei. Ja, hilf doch, danke, Mann. Hey, was war so? Ach so, der kam mit der Ulti, natürlich. Nein, nicht die Herrschaft verlieren. Ja, ich weiß, ich habe vergessen, dass wir kein Gegner-Team sind. Ja, ich habe doch getroffen. Alter, meine Stimme ist weg vor Aufregung. Wie oft soll ich ihn noch treffen? Warte, die haben einmal, die haben einmal Herrschaft fertig. Warte, ich komme zum Support. Ja, ja. Der überlebt immer, gell? Nicht, weil mit Sniper schafft was gegen den. Ja, genau, Alter. Nie OP ist das, Alter. Guck, es gibt Tintenschock und Dreh-Tintenschock. Ich check's nicht. Wohin? Ja, wir gucken schon wieder. Ich war auch. Das ist eine Sucht geworden, dieses Spiel. Ja, da kommt der von hinten mit Hammer. Ja, Mann. Alter, geil. Der wollte erst nicht mal gelandet. Ich habe geschossen, Alter. Ja, guck. Alter. In der Luft habe ich ihn erwischt. Weil ich es wusste. Oh mein Gott. Drei Kills. Mit einem Schuss. Okay, das wird ein Clip, Alter. Auf Twitch. Ja, natürlich. Yo, Sonobit. Hast du das gesehen? Die Special Attack. Ich habe ganze Tinte vom Gegner gesaugt und dann geschossen in die Mitte. Drei Leute. Boom. Gestorben. Alle drei. War gottlos. Aber guck. Wir haben allen heim gezahlt. Die Runde. Zehn Kills. Erste Sieg heute in Ranked. Schon traurig, aber egal. Guck mal, wie viele Kills wir haben. Wir hätten schon viel früher gewinnen müssen. Echt? Ich verstehe, dass du sehr angereizt bist. Ich muss üben, Alter. Richtig schnell zu ziehen. Was hat da vibriert? Hat irgend das vibriert? Er hat vibriert. Ich weiß. Imagine Stromausfall während des Spiels. Yo, da schreibt der Japaner. Bestimmt. Haha. Oh mein Gott, ich habe ihn in Luft geholt. Haha. Alter, wie ehrenlos. Das war so Zufall aber. Jetzt alles einsaugen, schnell. Ja, kommt doch von hinten. Da war doch klar, dass die alle mit Ulti kommen gleichzeitig. Und dieser Gesang im Hintergrund, der weiß wie sehr das mich gerade nährt. Ich weiß, der sinkt so früh nicht so schnell, aber hier ist nichts fröhlich aktuell. Ja, bei Nintendo musst du gewinnen. Ja, der dachte auch, der holt mich. Aber warum ist jetzt der gestorben? Ja, Alter. Da kommt der mit Ulti. Anders kann er ihn nicht stoppen. Wow. Ja, Alter. Komm mit Deutsch. Jetzt schreibt er Französisch. Ja. Erledigt. Guck mal. Guck mal, vor Aggression habe ich es so gespammt. Ja, guck mal, wir sind in Führung, aber trotzdem fühlt es sich noch nicht an, dass wir in Führung sind. Ja. Ja, ich sterbe durch so einen Miniballon. Ja, ich sterbe durch so einen Miniballon. Ja. Ja, ich habe aufgegeben. Natürlich kann ich dich grüßen. Buenos Dias. Spaß. Können wir zwei von euch in unser Team haben. Aber nee, dann spielen sie wieder schlecht. Immer wenn die... Er ist so... Im Geg... Drei Kills habe ich. Lächerlich. Wieder mit Platsche. Drei Zuschauer willkommen im Stream. Ja. Ich glaube, die hören dich nicht im Stream. Also nur mich. Haha. Wenn du was krasses sagst, dann muss ich es nochmal sagen. Echt? Ja, okay. Da wusste ich es nicht. Doch, bitte. Alter, das ist ja richtig cool. Er wusste ich nicht. Haha. Irgendwas eingestellt wahrscheinlich. Was ich nicht weiß. Achso, du willst nicht gehört werden. Aber du wusstest, dass ich streame. Okay, ich schicke dir per Post die Einwilligung. Aber die ist... Die ist in vier Wochen da wahrscheinlich. Ja, stirb nicht. Stirb du auch nicht. Guck mal, die überleben. Alles. Alles überleben die. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich überlebt er das so lange. Ja. So, ist alles gut? Ja, aber... Nein, Jill. Wir sind in Führung. Ich auch, aber trotzdem. Ja, wieder überlebt er. Aber wenn der zu mir kommt und einen Schuss gibt, bin ich instant tot. Ich check das nicht. Nein, ich geh jetzt hin. Ich geh jetzt hin. Ich... Ich zerstör ihn. Ich steck meinen Platsche in seinen Mund und schieß. Ich fisch die's. Ich fisch die's. Alter, will der mich trollen oder was? der schwimm weg alter ein klecks auf der boden ist gegner farbe und du bist tot wenn der rakete kommt mein beileid ich glaube dieses spiel ist schlimmer als mario kart ja guck mal woher kommt diese bomben dies beendet die runde ich habe gar keinen bock mehr die schmeißen alle diese bomben hier haben wir ja stirbt du auch danke dass ihr mal sterben wird jetzt kommt der von hinten warum wir dieses spiel spiel genau aus diesem grund weil es uns zerstört wir mögen die sind jetzt wir dürfen die herrschaft nicht mehr geben ja das war's wieder one shot tut ja ich nächste runde aber nächste runde seht ihr meine prime wegen vier punkte verlieren ja ich habe gemerkt ich werde langsam immer besser weil es einfach so abfuckt so kosten ich glaube die waffe ist mein neuer main ich glaube die regen ulti ist dafür da um den gegner zu schwächen und dann mit wenigen schüssen zu töten ja wenn die sehr low sind also man darf sich unterschätzen weißt du du bist low und dann kommt die regenwolke denkst du so ja jetzt easy rauslaufen ja und wenn man ja wirklich zum platzen aber für mich ist es nicht so schlimm hier zuschauer willkommen im stream also auch wenn wir gerade richtig abgefuckt vom spiel sind ihr seid alle willkommen ja endlich bist du auch mal gestorben ja wer droppt diese bomben ganze zeit ich könnte ihn so in die fresse schlagen ja nicht planen immerhin mit meinen Regen Ultima's nein 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 echt zum glück ich würde auch behindert beleidigen aber macht man ja ja das stimmt doch ich habe viel gegeben ja meine waffe trifft einfach Ja, ich hab den nicht gesehen. XD, ja man. Da musst du lachen. Ich weiß nicht, liegt es an uns? Liegt es an T-Mills? An was liegt es? Guck, jetzt kommt er wieder mit Ulti. Weißt du, es ist so traurig, dass er die Ulti hier einsetzt und nicht in der Mitte. Solo mit, ja, vergiss nicht zu folgen. Aber ich glaub, alle Zuschauer jetzt folgen sogar. Ja, er hat geschrieben, äh, die Leute sollen nicht vergessen zu folgen. Ich fäng, ich fäng, ich, ich glaub, ich lass den Stream offen und ich spiel noch weitere Runden. Es liegt an mir. Ja, natürlich liegt es an mir. Guck mal, was die aus mir machen. Batterieleistung geht leer. Lässt nach. Ach, oh shit. Nicht nur Psyche. Wenn die Runde startet, ich muss meinen Controller laden. Wäre geil, wenn's... Achso, noch nicht. Aber gleich, wahrscheinlich. Achso, die Maps werden aktualisiert. Jetzt haben wir Turmkommando. Jetzt wird zerstört. Machst du Raum auf, oder soll ich? Okay. Jetzt muss ich meinen Powerbank holen. Bin gleich da. Du kannst ja den Stream so lange unterhalten, oder? Wo cheated? Okay. Hast du einen Raum, der steht? Ich bin gleich da. Let's go Loris, ja man. Dieses Spiel ist ganz anders. Ich mach doch mit bei den Runden. Welche Level bist du im Account? Ach so, dein ganz Nintendo Account verkaufen. Ja stimmt. Hast du es vom eShop ausgeholt? Ich hab's Retail. Hast du jetzt einen Raum? Ach so, du holst nur hier Wasser, okay. Okay, ich geh mal Katalog. Junio Klexor Plus, soll ich das holen? Ich kann drei Waffen holen, Leute. Anperi Klexor, der war okay beim Gegner. 47. Die Waffe finde ich gut. Was ist los? Okay. Doch, erzähl weiter. Nein, nein, erzähl weiter, ich hör dir zu während du redest. Okay. Über was ging's denn? Ja, ich hab keinen Bock mehr, alle Waffen sind scheiße. Guck, Solomit will auch, dass du erzählst. Guck. Guck. Ja. Hast du ja stills. zweite weltkrieg ah jetzt kann ich rein turmkommando ah warte bei turmkommando immer mit sniper spielen das wird jetzt gottlos ist die gut ich in zwei war die auch gut warum haben wir drei geholt 1 und 2 hat schon drei ergeben ich glaube ich spiele noch eine stunde das bockt voll das alle drei stil richtiger so vater richtiger splatoon fan yo double kill ich sag doch bei turmkommando sniper gut perfekt du hast unser sniper-duell kaputt gemacht wir wollten schauen wer der bessere sniper ist ja alter wieder geholt ich bin kein einziges mal gestorben ja ich habe ein das ist alles schwarz hey warum ist jetzt alles schwarz hey alles ist schwarz geworden alles schwarz weiß geworden jetzt verstehe ich die ulti was für farben blind schau mal beim stream an wenn man in die ulti reinläuft ja dann bin ich nicht farben blind aber der gegner führt wieder guck lauf jetzt in diese blaue ding rein dann wirst du farben blind ja natürlich es sind sogar zwei plätzchen frei du kannst gleich also du kannst rein joinen oder kann er rein joinen ach so dann mache ich ein raum hey nicht so frech mit meinen streamern zuschauern oder ich mache einen channel auf und wir nennen es rot weißt du wenn man ein channel reingeht es gibt bei splatoon channels da kannst du mit fremden spielen wenn man dieselben channel name eingibt und da muss man nicht freunde sein ja ok ich mache einen raum auf beenden hallo nein nicht bereit raum verlassen ich weiß nicht aber wir haben ordentlich aufs maul bekommen mit deiner hilfe sind wir bestimmt besser da guten morgen wenn du neu aufgestanden bist erstmal ok wir warten kurz aktualisiert weil ich habe es neu geöffnet ja ich kenne es wenn man powernap macht und dann 3-4 stunden schläft ok dann machen wir ein channel die kampfmenü kannst du es nicht mehr oh scheiße channel name brot ja und jetzt muss ich einfach einen raum öffnen oder warte jetzt ist einfach ein channel rein ich kann die einladung sogar schicken ja du drückst plus oder so mit freunden oder so bei online bei lobby siehst du es und der channel name ist brot ja 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 ich weiß wir sind genervt von den kämpfen aber trotzdem ja 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 ich habe gesagt brot komm wir warten bist du da Hast du eine Einladung bekommen? B Ja, kleines B Also ich habe einen Discord Server Ich sollte mal den Link reinschicken Wie kann ich von dem Discord Server den Link reinschicken? Ja Ja, es hat geklappt Weißt du wie man einen Discord Server Link reinschickt? Achso, ok, dank Ich bin voll lost in Discord, deshalb Team ist komplett Außer es will noch jemand rein, aber Sieht nicht so aus Ja, natürlich Ich höre dich immer Ich habe immer ein Ohr für dich Der romantiker Spaß Ne, ich glaube Jetzt sind wir etwas besser als vorhin Also ich weiß nicht Wir sehen es gleich Also wenn du jetzt in NoSweat Discord reinkommst Wir sind im Gaming Ding Und dann können wir zu dritt reden Aber du musst bedenken Man wird dich auch im Stream hören Loris ist immer nicht einverstanden Ja, guck Wie er nur auf mich kommt Der sieht, ich habe Sniper in der Hand Da kommt man direkt mit der Nahkampfwaffe zu dir Ignoriert alles auf der Welt Ha, nice kill Schön von hinten gesniped Hey, die Gegner haben auch einen Sniper Sehe ich erst jetzt Alter, bis ich Ulti zünde Bin ich schon tot Und, und, und Gewonnen Was ist passiert? Guck, ich sag dir doch Jetzt ist unser Team Richtig gut Oder die Gegner waren scheiße Nein Wir dürfen nicht unsere Motivation verschlechtern Los Digga, ich habe eine Medaille Die ist Silber Und da steht Platz 2 drauf Wie traurig Oh, ich habe nur noch 2 Kämpfe Dann muss ich mir wieder ein Essen holen Weil ohne diese Snacks kann man nicht viel EP bekommen Jaa Hallo Jaa Um unsere Psyche zurückzugewinnen Jaa Von Hinten Jaa 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 Also Auf Switch No Switch No Switch Jaa Jaa Jetzt müssen wir Turm wieder ganz nach vorne bringen Was passiert wenn wir nicht drauf springen wird es zurückgesetzt oder so Jaa wieder von hinten Jaa 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 Ich muss den anderen nicht Hä? Wie hat er das überlebt? Wie liked's, ey. Okay. Boah, was ein Kill. Nein, Regen, Regen. Er kam wieder von hinten, Alter. Ich will sein Pinsel packen und einfach ins Wasser werfen, Alter. Und hier ist kein Wasser. Alter, der Typ kämpft einfach, bis ich da bin, dann kommt er zum Vorschein. Voll erwischt. Nice. Jetzt bin ich mir sicher, dass er nicht mehr da ist. Ja. Hallo? Hallo? Tschau. Tschau. Ja, Digga. Nicht immer auf mich gehen. Endlich hab ich ihn geholt. Schnell auf den Turn. Ich hab doch diesen Tintendinger geholt. Schade. Ich hab noch mal auf die��. Tant livisch. Schade. 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 Wie geht es jetzt? ich habe auch vorhin geschlafen bis 17 uhr nach der schule ich weiß schlafen ist so unnötig finde ich vor allem tagsüber aber wenn man nichts zu tun hat schläft eben das stimmt aber ich kann nachts auch nicht schlafen ich weiß nicht komischer mensch weißt du diese nacht ich schlafe ich wache auf 0 40 ich schlafe wieder ich war auf 1 40 und dann noch mal 2 40 dann dachte ich bin was soll die scheiße und tiefschlaf ist das wichtigste wenn man tiefschlaf hat und sechs stunden schläft oder so perfekt wenn nicht dann am arsch ja eben und wenn du jede stunde aufwachst bist du tot am morgen auch wenn du acht stunden schläfst alter ich gehe genau rauf wo die block mir da ist ja ja du bist dann anders als ich wenn du es auch kennst ja ich habe ihn getroffen der stück nach 30 sekunden ja ja ich habe ihn eingeholt den anderen nicht mehr wenn ich nur andere waffen wieder bleiben okay dann spielt es aber ich muss gerade kurz raus ich zeine gleich rein ich muss diesen snack ja ich kann nicht raus ich will snack okay jetzt ich bin gleich da eine minute ich will glaub es ist für alle im team ich weiß auch nicht letztens start das für alle komm ich jetzt rein weil die jetzt muss ich waffe wechseln weil zwei sniper mehr zu viel Ich kann auch mit Platschen spielen. Bist du bereit? Ich bin gespannt wie es jetzt wird Die Waffe hat ein Schild, kannst du die auch abschießen? Das ist hier. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Oh, so schön. ich fand ihn auch cool ich habe bei Splatoon 2 so viele Waffen gefeiert und bei 3 kann ich die alle nicht mehr spielen irgendwie was alter alle Roller im Gegner Team zum Glück habe ich eine Distanzwaffe ey ich bin doch ausgewichen du spielst den Boden ja diese 3 Pfeile die sind krach die explodieren dann alter wenn die alle so schlagen mit den Rollern dann wird es schwer alter die haben auch so eine untra den Reichweite sowas die zu die Nice. Oh, Kitty. Nice. Perfekt. Even slow. Ah, shit. Aber wir sind gut, wir sind gut. Ja, wenn wir die alle killen, können wir weitergehen mit dem Turm. Oder auch so. Ja, jetzt der Turm. Schnell raub. Ja, Digga. Er trefft doch gar nicht mal. Weiß, der Turm bewegt sich doch weiter. Wie kann er mich treffen dann? Was für eine Flächenschaden die Sachen haben. Und dann ist der Sniper genervt worden. Ja, gegen drei Splats waren da gleichzeitig gekämpft. Ja, wo wir gespielt haben zu zweit, waren aufgeschmissen. Ja, das eben wieder mit zwei so etwas. Aber ja. Oh, ein K.O. Bonus würde richtig gut schmecken jetzt. Nein! Mein Regen, ich habe es noch nicht mehr eingesetzt. Oh Gott. Jetzt müssen wir noch Turm erobern. Achso stimmt. Jawoll. Ich bin sogar auf den Turm gesprungen. Ich fahre weiter, Jungs. Guck, ich habe den Zähler-Rekord. 16 Kills. Ich habe vermisst zu gewinnen. Ja, aber ich finde es voll gut. Du hast zum ersten Mal mit dem Bogen gespielt. Ich freue mich schon auf morgen. Endlich Wochenende. Endlich Wochenende. Ich habe mein Zeugnis bekommen. Junge, ich habe Sport eine Eins. Das Geile ist, ich war bei Noten, äh, wo er Noten gemacht hat, gar nicht da. Und der hat mir der Eins gegeben, weißt du. Achso. Oh Mann. Ja, ein. Ah, springen klingt schon. Das ist so cool. Ja, ich bin gesprungen und habe ihn erwischt dadurch. Jetzt stirbt doch, Alter. Fünf Schüsseln überlebt, ey. Wirklich. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich. Weißt du, ich schieße alle sind low, die wo ich treffe. Aber die sterben nicht. Dieser, dieser Killschuss fehlt noch bei ihnen immer. Ja, endlich, Alter. Das geht. Ah, da kommt der mit Ulti. Oh, bisschen Hilfe. Schön, da hinten ist noch ein. Perfekt, jetzt Angriff. Perfekt. Ah, der hat mich nicht geduldigt. Loris, ich spring zu dir. Ah, jetzt kann ich nicht mehr. Schade. Ja, das ist so belastend, Gap. Alter. Ich spring zu, bis jetzt. Okay. Lass aus. Jetzt, da hinten. Oh, das ist so gut. No, das ist es so gut. Wasp jetzt noch ein. Ich bin nicht nur Poisid. Ich steige es, nicht gerade. Ich bin nicht ganz. Dass du dich weibst. war gg war cool aber ko-bonus wäre verdient genug ja schön vor bei 1 1 bei 1 verliert man den turn ich glaube du bist besser als ich ja bei mir auch bei sniper muss man so eine ruhige hand haben und eine präzise ich weiß schon zwei habe ich viel mehr kill zum sniper gemacht ich weiß es nicht ja mann alter Ich muss nicht, ich spiele doch so oft, wie sie. Da kommt er von hinten, pass auf. Ja, ich habe ihn geholt. Ja, genau, was ist. Ich kann auch nicht abbauen, wenn der Boden wien da ist. Oder rosa. Alter. Ja, alter, der trifft alles mit der Minidon. Ja, wie kennt der denn so schnell? Hey, was? War doch bei 1. Alter, lächelig. Liegt es am Internet oder? Alles gut. Welche Waffe? Ich nehme Sniper. Dann kann ich mit meiner Ulti vorgehen und Tinte einsaugen. Egal, es wird bestimmt lustig. Boah, wenn man bei genau, wenn da steht, Kampf beginnt mit Sniper schießt, sieht das so schön aus. Jetzt wird Drache kommen. Ich glaube, sie zerstören mich mit dem Flieger. Das muss nicht sein. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen. Ja, ein Kill. Ich. Okay, gut. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Was ist das? Ich bin sehr defensiv gerade. Okay, jetzt muss ich ein bisschen vorrücken. Perfekt, noch ein King. Achtung, Kugelkugel. Jetzt alles aufsaugen. Scheiße. Ich habe einen geholt. Ja, Scheiße. Ich hasse diese Ulti, Mann. Ich habe einen, Mann. Boah cool, ich hätt den auch gemacht, ja guck ich hab einen geholt, siehst du? Okay, ich komme, schade, ah perfekt, noch einen geholt, ja ich hab ihn geholt, alter es läuft gar nicht, okay jetzt können wir pushen, oder? Ich hab die ulti jetzt, perfekt, ich hab noch einen geholt, oh mein Gott, aber ich bin geschwöhnt, jetzt, zum Turm, zum Turm, alle zum Turm, ja jetzt nicht mehr zum Turm, ich geh in die Mitte. Oh, mit einem Schuss. Double Kill einfach. Der hat voll verkackt mit seiner Ulti. Chill, chill, chill. Jetzt, jetzt bin ich da, um die Tinte zu saugen. Schade. Ja, wenn wir uns jetzt gut aufstellen, hinten wird's, wird's gut. Oh, das war wichtig. Perfekt. Ja, ich hab noch einen geholt. Ah, shit. Ja, bis, bis 15 müssen wir die aufhalten. Ja, ich hab einen. Perfekt. Die waren zu offensiv. Also, hören wir jetzt auch oder noch eine Runde? Ja, okay. Können wir zu zweit weiterspielen. Danke, Loris. Danke, Loris. Dir auch gute Nacht. 11 killt mit Sniper. 11 killt mit Sniper. Achso, du hast das den E-Liter noch. Oh, Respekt. Ja. Ich schau mal schnell, schickst du's Disco? Ja. 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 Es steht 99 99 der Gegner sind vier. Ich hab ihn fast in der Luftbewegung. Junge, kommt er mit Wallahoo Der hat sein Ulti geholt, aber mich nicht gechockt. Alter, wie krass. Zum Glück bin ich auf dem Turm. Ich muss nicht das hier voll erwischen. Jawohl. Ich auch. Ich hab jetzt auch Ult. Jetzt kann ich Tintain saugen. Perfekt. Oh mein Gott. Wie schlau das war von mir. Der kommt mit Roller auf dem Turm. Ich spring kurz davor runter. Ich komm wieder hoch. Und der Roller-Tief springt runter. Ja, Mann. Ich hatte ein bisschen Adrenalinschub am Ende. Ja, Waffen-Style erhöht. Was bringt das eigentlich, wenn man die erhöht? Also den Waffen-Style kriegt man dann... Ja, kriegt man auch mehr EP irgendwann. Und ich find das cool. Das gab's jetzt für Team 2. Echt, dass man die Waffe lebt? Sterne, wirklich. Ach so. Das war's. Ja Ja alter wann endet seine Ulti seit halbe stunde schießt er auf mich Ja man Schade Wir hatten mal eine Wunsch, da erwarten wir vier Sniper im Spiel zu ziehen. Scheiße. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ich hab ihn geholt, das ist noch GG. Ich hab noch einen geholt, aber gestorben wurde. Ah, das wüsste ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich schwimm da hoch, Alter. Wie hat er mich gesehen und gekillt so schnell? Ich check's nicht. Ja, ich hab ihn geholt, der andere holt mich. Wie er mit der Ulti drauf chillt, Alter. Das war safe, ein 4er Team. So gut kann man nicht spielen. Ach so. Wie lang? Ja? Da war ich wohl zu schlecht. Wie lang? 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 Das war ein Ja. Welche Sniper hat der? Dann habe ich eine schlechte Chance gehen. Ja, der hat mich sogar geholt. Ich müsste näher dran sein bei denen. Ja, ich hole den Roller, der geht nicht von hinten, der Sniper. Ja, ich hole den Roller. Nein! Ich muss mal meine Ulti einsetzen, aber ich weiß nicht wann ich die am besten einsetzen kann. Wenn ich auf dem Turm bin, oder? Okay, jetzt ist die Fall. Ich hole den Roller. Ich hole den Roller. Ich hole den Roller. Ich hole den Roller. Okay, danke. Ich hole den Roller. Das war's. Nein, ich hab voll verkackt. Ey, ich war hinter der Säule. Yo, Double Kill. Ja, ein Splittchen 2 hatte ich mal. Auch Triple Kill. Und vielleicht sogar ein Gesamt-Ticket. Ich weiß aber nicht mehr. Alter, das ist so gottlos mit den Elitern. Da hab ich keine Chance. Scheiße. Alter, wie blöd. In den letzten Sekunden. Und mit den normalen Kämpfen, die wir offen sind, kann man sich nicht bis zum Aufstiegskampf kommen. Das dauert viel zu lang, glaube ich. Warum kann man die Serie nicht online spielen? Also zu sagen. Ich hab nur die X-Gamphikisch. Wenn die patchen, was machen die alles? Ja. 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 Die hatte 180, Alter. Das ist ja richtig schnell. Ja. Ja. Stimmt. Nein. Nicht hier runterspringen. Alter. Ich, ich check diese Map immer noch nicht ganz. Ja. Ja. Tutt mir so leid, Alter. Bist du schon mal da reingelaufen, an diesem Ding? Alles wird schwarz-weiß. Ja, ich hab ein Gehirn geholfen, Türen. Jetzt auf den Trüben Schmuck! Ja, wieder schlecht geschossen... Aber ich hab einen Geholt! Schade... Ja, ich hab zwei auf den Trüben geholt... Das war sehr wichtig, merk ich grad... Noch einen Kill... Nein, ich würde auch besnapen... Ja, ich würde auch... Ja, ich würde auch... Nein, ich muss wieder da sein. Scheiße. Oh Mann. Bockt sich mega gerade zuzuschauen. Auch wenn der Zuschauer echt leise ist. Ja. Danke. Hast du das Spiel? Gut, dann muss das los. Was soll ich jetzt nehmen? Irgendwelche Empfehlungen? Graue Insel. Nein, ich habe meine Ausrüstung nicht gewechselt. Mit Sniper hat die Runde schon Spaß gemacht. Wie ist das? Der Dauer war oft gut zu sein. Ja, das ist einfach schwer. Ja, Mann. Jetzt sehen wir zwei E-Litter kämpfen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hä, stimmt doch. Okay, gut. Ja, Mann. Wieder von hinten geholt worden. Ja, Mann. 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 Mann. Ja, Mann. das ist die waffe mit der meisten reichweite oder die waffe mit der meisten reichweite im spiel ich finde es den blaster gut jawoll schade der plexburg sind da nahkank ist er besser weil der schneller nahkank was war das schon wieder egal jetzt muss ich verteidigen perfekt jetzt stirbt doch endlich dank danke es kam der andere schade 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 Alter, dieser Pinsel-Dude, ey. Ja, das ist mir vor allem auch passiert. Das ist echt behindert. Ich weiß. Mit der Waffe zu snipen. Oh mein Gott, die Schockwähle hat zwei Leute gekillt. Nice. Das war gut. Jetzt brauchen wir einen Punkt. Ja, perfekt. Er stirbt doch, Alter. Er weint besser, ey. Oh, shit. Ich wollte fast schon springen. Schön geholt. Hier. Ja, der ist slow. Der ist slow. Oh, Mann. Scheiße, Alter. Ja, wie hat der das ausgemistet? Wir haben die 14 Punkte gemacht, so viel. Jetzt stirbt. Danke. Alter. Nein. Nicht in Gegnerhand. Nicht in Gegnerhand. Ja, was ein Scheiß. Ja. Halte. Das String geht schon drei Stunden und halbe Stunde. Elf Kills habe ich gemacht. Aber der Elite ist nicht schlecht. Da nehme ich den Klatschen. Hast du ein gutes Gefühl, oder? Also, ich komme locker durch, meinte meine Leere. Ich mache Fahrabi. Ich mache Fahrabi nur. Ja, da muss ich ein Jahr FSJ machen. Ist aber nicht schlimm. Weil, wenn ich Abi nicht besteh, habe ich auch nur Fahrabi. Dann dachte ich, ich mache gleich nur Fahrabi und mache FSJ. Dann gibt es immer wieder. Da muss ich dir und machen. Hallo-Wur. Was ist das? Was ist das? Ich hab ihn nicht lauf, ja. Perfekt. Sniper, ich hab ihn fast geholt. Warte, ist tot. Ja, die Runde haben wir gewonnen. Das war ne sehr schnelle Runde. Ich liebe solche Wunden so sehr. Ja, Mann. Jo, weil wir es voll gut miteinander gearbeitet haben. 6 Kills. 0 mal gestorben. 3 mal Ulti gehabt. Krass. So kurzer Zeit. Ich glaub das wichtigste ist einfach sehr wenig zu sterben. Weil dann hat man auch mehr Ulti. Ich hoffe der Platscher wird nicht genervt. Ja, dann passt's. Boah, das wär krass. Alter. Da bin ich ja noch besser damit. Ja, Mann. Ich hab wieder den Jump verkackt. So dumm manchmal. So dumm manchmal. Ja, aber ihr gewinnt so dazu Tritt. Achtung hinter euch. Ja, der ist sich gestorben vorhin. Alter, woher kam der jetzt mit dem? Splatana. Ja, die haben jetzt schon 40. Alter, echt. Ja, bitte stirb. Ja, bitte stirb. Alter, echt. Ja, bitte stirb. Mann. Das fack mich grad ab. Amavonel, hallo. Wenn du mitspielen willst, Channel-Name ist rot. Ja, ich hab den Gehirn. Ja, ich hab ihn nicht verkackt. roam mich da. Ja. Ich bin fast da. Wir waren fast dauer. Ich bin fast dauer. ja ich bin zum glück drauf jawohl ich hab die granate nicht gesehen es steht 22 22 jetzt haben die im punkt rausgestrichen siehst du alter ich hätte eine sekunde länger aber auf jeden fall willkommen im spiel ich war tot ich wusste noch ja leider werden wir in führung gegangen hätten wir vielleicht ein anderes mindset gehabt muss ich jetzt beenden oder fortsetzen wenn er joinen will ich schicke ich jetzt die einladung wieder ich kann die gar nicht bist du der atmen warte ich mach dann aus ich bin gerade selber lost das lösen wir schon perfekt kannst du rein okay 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 and wenn du willst kannst du auch in den Discord, komm Mit D-Gallen braucht man nur 2 Schüsse oder? Also wenn man mit der Waffe trifft, das ist nicht so schlimm Nein, das ist schon Ja, ich habe es nicht mehr. Alter, wenn die gleichzeitig mit so vielen Ultis kommen, ist echt. Was ist das, was ist das, was ist das. Wo ist mein Skin-Mindy-Gang? Ja, konnt ich auch nicht mehr abhauen, wenn der Boden... Super, der zeigt... Ja, ich kann mich nicht bewegen, wie soll ich dodgen, Alter? Das hat voll gut angefangen jetzt... Ich glaube, der spielt seit 100 oder 500 Spiel für die Sniper... Ja, Alter, wie oben die Clip-Standarten sind... Ich bin doch 10 Mal gestorben... Ich weiß nicht... Ich bin doch nicht mehr. Ja, den Tee. Das ist. Ja, ihr setzt doch ein, Alter, bevor du stirbst, wirklich, ich hab doch gedrückt, die Air-Taste. Komm schon, ja. Was? Ich war doch drauf. Alter, wie unlucky. Was? Boah, vor lauter Aufregung habe ich vergessen zu danken. Die Ameronelli, danke für den Follower. Yo, Waffenstyle, nochmal, der Hut. Könnten wir nächste Woche schon zu viert spielen, das wär cool. Dann haben wir ein ganzes Team erstellt. Ja. Oha. Je gut muss man sein, um mit dem Turnier mitzumachen eigentlich. Dann in der Switch Online App kann man ne Turnier erstellen bei der Switch-Ventraler-Seite. Würde ich auch machen, wenn meine Community weg ist. Das wäre cool. Ja, da kommt der von hinten, ey. Wirklich. Weißt du, dass man sich die Mühe macht? Den ganzen Weg, nur um von hinten zu kommen? Alter. Hilf doch deinen Kameraden. Turm zu erobern. Ich verstehe es nicht. Ein Kind. Hast du Lust länger zu spielen? Hast du Lust länger zu spielen? Hast du Lust länger zu spielen? Achso Ich bin ultra low Alter, wie viel Spieler Ich blick gar nichts mehr Oh, das war gut von dir Brando Jetzt musst du ja nur noch auf dem Turm bleiben Ah, shit Egal Ich spring hin Ich spring hin Ja Ok, ich bin drauf Ah, perfekt GG GG Oh Alter Lol Die Arenen wurden sogar aktualisiert Ja Gehst du jetzt? Ich denke nicht Ja Alles gut Danke, dass du dabei warst War nett, war schön Ja Hat übelst Bock gemacht Ja Ciao Ja Ciao Perfekt Perfekt Wie siehst du mein Discord server jetzt? Siehst du mein Discord server jetzt? Wie siehst du mein Discord server Wie siehst du mein Discord server? Wie siehst du mein Discord? Okay Ja Ja Wie siehst du mein Discord? zwei spieler verlassen ach so warte dann dann hätte mich einfach die scheiße ich käme mich gar nicht aus mit discord leider warte klappt es eigentlich kannst du gleich mal versuchen also ich habe neun einladen sind angekommen ja Ja, stirb halt nicht. Junio Klexer. Jawoll. Ja, der Schwab war so krass. Ich hab grad Legs irgendwie. Alter, diese Kugeln. Morgens stream ich Mario Kart. Ich hab auch eine Streamingzeit klar. Kannst gerne reinschauen, wenn du willst. Und je Donnerstag spiel ich Spiele. Boah, perfekt. Boah, drei Kills. Mit den Führung? Nein. Scheiße. Ja, eigentlich hätten wir Führung gehen können. Hallo, bist du drin? Hallo, bist du drin? Ja. War doch klar, dass er von hinten kommt. Ja, komm, den auch noch holen. Boah, krass. Was ein Streak. Ja, genau. Ich hab mich gerade nicht in diesem Pfarrer-Kack. Ja, ich hab mich gerade dabei. Wieso? Wieso? Ja, ja... Scheiße Hey, ich bin noch zurückgegangen Was ne Range Ja, jetzt müssen wir abgehen Ah, Digga, eine Granate reicht für den Gegner, weißt du Scheiße Ja, als der kam, hab ich gesehen So knapp Unlucky 12, 15 Okay, jetzt geht's. Das war's für heute. 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 Es ist wieder da. Ich bin auch mal die Runde. Okay. Okay. Alter, seit 90 Sekunden warte ich, komm schon. Der Kampf beginnt. Oh, da heißt es die Siegesserie, die Zahl oben. Hier muss er sein. Ja, safe, wer hat mich getötet? Ja, wahrscheinlich. Noch eine Frage? Wo ist der andere nicht gestorben? Da waren noch zwei, die ich angeschossen habe. Ja. Perfekt. Es geht so hoch. Ja. Ja. Weil der Gelen-Typ ist echt richtig. Ja. Echt, von hinten kommt der da, von hinten, ehrenlos. Ja, wahrscheinlich bist du schon zurück. No sweat, willkommen wieder im Stream. Wir brauchen dich, und ich habe den letzten Serie Kampf gewonnen, jetzt habe ich mehr Punkte. Das ist die neue Serie. Was? Hä? Achso, die hatten alle diese Kulti. Hallo. Ich bin Serie Kampf, Ding, eh, sein Switch ist abgestürzt, das dauert bisschen, bis er wieder da ist. Ja, Gegner, cool. Event, gibst du das gerade? Boah, das ist cool. Ja, warte. Ja, warum ist er nicht geformt, da heißt doch Fliegen noch, alter. Ja, Warte. Wir sehen uns zum nächsten Mal, sowas. Na ja, das war's. Oh, der ist, was wir sicher. Oh, du bist. 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 EASY BIND Wie bitte? Ja. Ja, dann hole ich noch gleich einen neuen Snack. Wie viele Kämpfe wir heute gemacht haben. Alter. Ja, fast. Also, es ist nur noch eins übrig. Aber ich will nicht noch mal verlassen danach. Ich verbrauch mal erst ne wenigen. Schnapp dir deinen liebsten Konzentrator. So, leg an und Klecks Teilnahme nur mit einer Waffe der Konzentrator Klasse. Haupt- und Zusatzeffekte sind aktiv. Achso, ich habe auch eins erstellt. Neu, da ist so ein X. Für die Waffen, die man nicht verwenden kann. Zum Glück besitze ich viele Sniper. Ja. Warte kurz. Kannst du jetzt rein? Ja, das weiß ich nicht. Ja, es geht. Warum ist es so schnell wieder zurückgekommen? Ist er nicht mehr an? Ja. Weil ich jetzt nicht mehr an B-Wilderweb ist. Wasser in Leck mich gerade hat. Er hat sich vereinkillt. Ja, jetzt. Ja, ich kann halt durch diesen Gitter schwer ziehen. Aber wie so eine Führung. Wie viele kriegt man bei Event-Kampfpunkten? Nein. Ach so. Ja, ich kann nichts tun. Der saugt meine Tünke. Wie soll ich schießen? Ja. Ja. Das ist ja gar nicht so einfach, Alter. Ja, ich bin doch weg geschwommen. Ja, ich kann es doch niemand erzählen. Ja. 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 Ja ja. Alter, das ist doch unmachbar, ey. Wirklich. Der springt und killt mich, Alter. Bitte hör auf zum Rücken. Jetzt kann ich auch saugen. Perfekt. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Achso wir machen jetzt 5 Kämpfe oder? Cool Nice Oh Oh Boah, ich habe ihn in der Luft geholt, dank die Zieldinger. Alter, war das cool. Ich glaube, ich habe heute in dem Stream jetzt vier, fünf Highlights oder so. Ich finde es wenig, aber immerhin. Oh Mann, ich hätte ihn fast. Die sind R, B, L, R. Ich check die Waffe gar nicht. Ich kann das nicht spielen. Ich kann das nicht spielen. Ich kann das nicht spielen. Oh Mann, ich habe hier noch irgendwas in dem Sinn zuい. Ja, Checkpoint 3 erreicht, immerhin. Jetzt springe ich zu dir. Jo, wie der schwitzt, Alter. Der springt halbe Meter nach rechts in der Luft, killt der mich. Ja, meine Kanaat hat, die Luft. Alter, wach na. Boah, ich hab nachhaft, die Luft. Ja, safe! Alter, das bockt voll! Keine Ahnung warum, Mama! Da hinten ist einer! Oh, shit! Wenn die nicht bis drei kommen, ist alles gut! Komm schon! Nein! Der ist nicht gestorben! Alter, was für ein Scheiß! Ich habe den einen geholt, aber den anderen nicht mehr! Ey! Aber ich habe mein bestes Gebühren! Boah! So unverdient echt! Den Sieg gönne ich dem gar nicht! Ich hole am Ende zwei Kills! Bist du nicht in die Zukunft. Kennst du sonst Leute, die Splatoon 3 2 Spielen Sind die gut? Ich find's cool, wie die Turmkommando genommen haben, weil die wissen, dass Sniper da am besten ist Ja, das ist auch Alter Der Elita ist so gefährlich Welch ein Schritt vorne, ich werde tot Sieh zu und lernt, wie der Meister das macht mit dem Turm Oh shit Ja, ich hab wieder... Ich hab wieder Aim gespielt Wer hat mich gekillt? Ja, war klar Ich seh 3, glaub ich, Indien auf mich gerichtet Natürlich sterb ich vor Hehehe Ich hab wieder Ja Hey, ich hab dich doch vorhelbig. Ich will eine Runde gefunden. Ich will wissen, wie es anfühlt. Boah, ich hab ihn einfach so gefilmt. Ich hab ihn einfach so gefilmt. Ja, wie der eine da kämmt. Hey, ich hab das erwischt. Jetzt kommen die noch mit Ultis. Ja, ich hab ihn. Ich hab's glaub zu viel gezündigt. Ja, aber ich hab ihn gekillt. Jawohl. Jawohl. Ich komm zu dir. Ist es sicher? Boah, perfekt. Perfekt. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Oh mein Gott. 3 kills. Alter. Alter. Hab ich die zerstört. Das war so cool. Erstens hab ich dich gesamt. Danach die beiden geholt. Alter. Das war schon. Das war ne richtig geile Runde, Alter. Ja, wieder Fistbump. Hast du gesehen? Okay. Wie viel hatte ich? Neun. Wow. Aber viel weniger gestorben. Okay. Dann war ich sehr gut. Ich hab die, die. Wer es chords kommt. Seine Auge. Mein Zielfernrohr. Das blendet halt auch. aus, das meiste rechts links, dann ist man nicht mehr so abgelenkt, ja, das ist, ja, das ist, ja, irgendwie, keiner hat irgendwie mehr Treffsicherheit damit, jawohl, die holt, jetzt könnten wir vorpushen, wenn du auf dem Turm bist, alle zielen auf dich, ne, ich war doch weg, ich darf nur so laut sein, eigentlich musste ich jetzt schlafen, aber das Spiel wollte, wenn du hier wirst, Nein, ich hab doch die Ultja. Ich springe zu dir. Ja, was denn? Ach so, Torpedo. Wow. Ja, aber jetzt müssen wir alles gehen. Vielleicht können wir die Führung bekommen. Ja, ich hab einen. Jetzt die Ulti. Hä? Hä? Ich... Wahrscheinlich. Komm, hol ihn, hol ihn. Ah, schade. Schade, 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 schade. 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 Ich auch. Ich hab da ganze Zeit eine Sniper gespielt eigentlich. Was? Was? Die haben Glatze. Ich hab mit dem Mühe gespielt. Welch? Achso, die. Wenn wir eine Story durch haben. Okay. Alelele. Nee, ich weiß nicht. Jaho, okay. Okay, verstehe. Oha. Deshalb haben die Gegner immer gegen gespielt. Wie hab ich das überlebt? Ich sag nicht. Oh mein Gott. Der springt hoch. Ich kenn ihn. Hahaha. Äh, loll. War cool. Der wollte mich überraschen. Ich hab ihn überrascht. Hey, das wirst du zurückzahlen. Hey, das wirst du zurückzahlen. Der, die, 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 die ihre Teampowers viel zu hoch noch nicht. Das war's für heute. 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 Jeder packt die Waffe weg, weil meiner ist immer noch in der Hand. 1600 hab ich. Du? Achso, stimmt. Fortsetzen? Letzte Runde. Alter, Stream geht 5 Minuten, äh 5 Stunden schon. Ich muss doch schauen, ob Wetter geht. Das war's für heute. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich rasiere grad die gesamte Runde. Oh mein Gott. Was? Ich hab 5 Kills gemacht ohne zu sterben. Nee, die sollen mich bannen von diesem Spiel. Alter. Jawoll. Ja, die müssen mich umbringen. Ich hab viel zu krasse Sachen gemacht. Alter. Boah, Double Kill. Let's go. Boah. Boah. Alter. Irrenlos. Einfach. 150 Grad kill. Aber ich bin leider gestorben. Oh mein Gott. Boah. 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 wenn die Gegner hintereinander stehen. Ja, scheiß Hobo-Bombo. Ja, Mann. Keine Nahkampfwache ist in dem Modus. Boah. Boah. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur auf den Turm vorab gehen. Ja, es sieht gut aus, oder? Ja, Easy Wind. Alter. Ich will sehen, wie ich künftig habe. Erste Minute, zweite Minute war ich krank. Geisteskrank sogar. Hä? Okay. Ja, die können zusammen anschauen sogar. Dann kann ich auch die Stream beenden. Kannst du mal bewerten, wie ich gespielt habe. 16 Kills. Nice. Hätte ich gegen Ende auch wieder so viel gespielt, wäre es mir gewesen. gewesen. Beenden, oder? Ich auch. Wie kann ich dir den... Achso, ich muss dir den Code zeigen, oder? Ah, hier. Hier ist der Code. Siehst du den? Alter, das war so krank, Alter. Ja. Da steht hochgeladen. Da steht hochgeladen. Jetzt kann nur... Können nur Freunde oder die gesamte Welt das anschauen mit dem Code. Ja. Was ist das? Kann ich den Code weg machen jetzt? Kann ich den Code weg machen jetzt? Okay. Ich spiele es jetzt auch ab. Aber da habe ich es doppelt im Street, egal. Ich spiele es nicht. Warte mal! Das ist so cool. Alter, hab ich noch ein Kiel gegen das? Ja. Und da hab ich glaub gestorben. Ja. Digga, ich spring hier dann direkt warm. Alter, ich hab da grad gesehen so. Ja okay, das war auch der Highlight eigentlich. Danach war ich wieder schwierig. Wann ist die? Achso, von heute oder? Dann zeig ich die auch mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bestimmt sah ich in dem Match aus wie ein Loser Untertitelung des ZDF, 2020 Alter Wie kann er sich mit Editha dahin platzieren? Ich check das nicht Sobald jemand neben mir, ist es so gut eigentlich Boah Cooler Mut Das war krass Schaff die Torpede, du triffst dich dort, auf einmal du schießest kaputt Ach, verstehe Ach, verstehe Hast du gegen Ende Merkels gemacht? Nice Boah, der war auch stark Diga Was ist Elita sein Ziel? Ehehe Jo Jo Jetzt kommen die Kombus Da bin ich gestorben Oh, schade Oh, schade Zerstört 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 Garni Da bin ich Dass wir kein K.O. Bonus hatten dort Ja, was Aber jetzt kommen noch sehr viele Schüsse glaube ich Was mache ich heute? Ich hoffe ich starte dir nicht im Weg Dort Ja stimmt auch Alter Survival Skills on top Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Die hast du geholt, oder? Der Fistbump musste sein. Ich hatte nur 5 Kills in der Runde. Achso, diese Erinnerungen bleiben gespeichert, oder? Wie lange? Einen Monat, glaube ich. Ja, ich geh jetzt auch schlafen. Dir auch, danke. Danke an alle Leute, die dabei waren. War ein sehr cooler Stream. Events, Selvendran, Ranked, alles war dabei in diesem Stream. Stream ging 5 Stunden, morgen kommt das Video online. Gegen 13, 14 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Schöne Nacht. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder in Mario Kart 8.